Oktober 2023. Es ist kurz vor Halloween und die 27-jährige Rafaela ist für einen abendlichen Spaziergang in einem abgelegenen Waldstück unterwegs. Als sie nichtsahnend und Mutterseelen allein durch die Dämmerung wandert, taucht plötzlich eine grauenvolle Gestalt auf, die so schrecklich und bedrohlich wirkt, dass man denken könnte, sie wäre gerade aus der Hölle emporgestiegen. Rafaela ist starr vor Schock und kann sich aus Angst nicht mehr bewegen. Und da war es schon um sie geschehen. Die höllische Bestie schnappt zu. Es handelt sich bei der finsteren Gestalt um niemand Geringeren als den bekannten Serienmörder Jack von Crack. Es bewegt dich. Doch los jetzt, du Fotze. Hast gedacht, du kannst abhauen oder was? Komm. Los jetzt zum Miststück. Nachtzeit. Fuck, mein Gepäck ist ein Schlachtball. Ganz leicht werden sie verschleppt wie eine Krankheit. Was, nein? Wo das keine Widerworte geben? Denn ich ziehe noch die Fäden, so wie Kieforthopäden. Ich brauch einen lebenden Körper. Scheiß auf Netflix, ich bin Serienmörder. Heut in den Wald bis zum Haus, sind am Steinbruch. Film kommt, ich kämpfe weit aus jeder Zeitung. Dauerweinen kleinen Mann versteckt. Ich bin die Schiffe versenkt, doch keiner weiß, wo du steckst. Eine verletzt durch die Blutspuren von dem Stein. Wieder weg mit dem Reinigungsset. Mein Gangspereich ist verzogen mit Spannplatten. Einsatzbereit, die verboten sind. Schlagwaffen, legen sie auf. Kopfüberhol noch mal nur drüber. Und den entdampfen Entzug wie ein Lokführer. Hält's auf zu jammern. Verdammte Drecksfotze, bewegt dich. Los, ab in den Keller mit dir. Da. Rein da. Hält hier die Schlampe, die du Fanny runter. Interieur wie ein ruseliger Bunker. Bandvoll Ketten auf den Boden. Dann fressen. Hält Bank ist ein diabolischer Sextra. Du wie es hier bis an dein Lebensende war. Ich geb dir Zuspruch hier, denn es ist eh gleich schon vorbei. Und deine Zukunft, jetzt kommt die ehrenlose Zeit. Und jetzt musst du kapieren. Deine Seele hol ich gleich. Du brauchst dir darüber deinen Kopf nicht zerbrechen. Denn das mach ich schon morgen mit nem Box in die Fresse. Die Note wird auf meiner Holterbank festgeschnallt. Und deine Leads tut einer Klang Jacks Gewalt. Und so nahm das Schicksal um Raffaela seinen Lauf. Flöckerndes Lichtblend, Gewalt faszinierter. Knister Geräusche vom Schallblattenspieler. Geisteszustand bei mir einfach zu krank. Streckbank ist nass, von dem Schweiß deine Angst. Schwarz sind die Peitschen. Hier gibt es Romantika. Zeig dir die Sterne, satanische Zeichen. Hier wird ein Abend nicht reichen. All meine Leichen. Du musst einmal tagelang leiden. Sprich deine letzten Gebete heraus. Das wird ziemlich schwer mit nem Knebel im Maul. Der Geist der beschwörende Meister ist dran. Ich will Menschen töten wie der Schweinebeermann. Bein aufgeschlitzt mit nem rostigen Beil. Streu bisschen Krux in das offene Fleisch. Leider gibt's keine Lösung für dieses Spielwöhnliche Strategie. Weil ich jetzt Halloween.